Endlich! Seit dem 4. November empfangen Sie TV-Schwerin in HD-Qualität auf einem neuen Sendeplatz. Modernste Empfänger und Fernsehgeräte stellen das Programm automatisch um. Ob die Umstellung erfolgreich ist, erkennen Sie an den Buchstaben HD hinter unserem Logo. Bei einem älteren Fernseher wird Ihnen TV-Schwerin in der Sendeliste nun zweimal angezeigt. Hier wäre eine manuelle Neuplatzierung erforderlich. Ab dem 1. September gibt es TV-Schwerin dann ausschließlich in HD-Qualität. Der bisherige Sendeplatz entfällt. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit TV-Schwerin, Ihrem Regionalfernsehen. TV-Schwerin, mein Regionalfernsehen.